Bist du jetzt taub oder war die Wien für Kurschen? Ja. Das, worauf es in Wochenstag ja warst du? Ne, ich hab wieder Zippchen. Wir haben nicht noch. Wir beginnen, wenn du mal hättest du schon, gell? Das ist das Geile, in so Riesenklausel kann man zwei Geschäfte in die Stimmung machen. Am anderen Ende kommt Platz. Die Muttern, also alles ist verwirrt. Aber diese Raufkauf-Dinger, die sind voll raus. Guck mal, Niku hat fünf Euro gezahlt. Mein Fahrer ist immer stark, na? Der Fett ist schon hoch. Aber ich drehe wenigstens auch auf. Gell, meinst du? Endgeschwindigkeit, wie schade. Das ist schon schwer. Die Arme holen dann hier. Das ist wieder schwer. Und ohne seinen Kopf anzulehnen, hast du ja rüber Schmerzen, die nicht zu sagen, was? So wie Patrick auch beim Schlimpern. Ich hab da auch Schlimpern-Rattenschmerzen gehabt zwei Wochen. Ja, warum? Nein, nein! Nein! Boah, Alter! Boah! Boah! Wo bin ich? Da kannst du nicht reden in dem Moment. Das geht aber nicht. Immer weiter, Facts. Ja, der ist nicht Oh! Eigentlich ist der Unbekehmer als Anstrengung. Ja, oder? Ich hab mal langschätzt gemacht. Oh! Alter, hält dich vor! Auf geht's! Zup, wie lolle? Oh, ich lenk jetzt an, die Alte! Ich hab die Alte eingestellt. Oh nein, wie lolle! Oh! 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 Noch eine Runde! Noch eine Runde! Noch eine Runde! Jetzt sitzt da auch... Noch eine! Mit der Automatikfahrt mit auf dem Aufreißen. Jetzt sitzt da wie vor, sonst wäre die Große allein zufrieden. Guck mal! Nein, hab ich noch! Nein, geh ich noch! Hier, geh ich noch! Hier, geh ich noch! Flipper! Oh! Oh! Das ist mal ein Zug! Oaah! Oh! Hast du laucht? So, Vorsicht, wir sind im Lande, auf uns Vorsicht, bitteschön. Langschein ist ja so assi. Langschein ist hier volle Pulle.